Oh, geht auch schon direkt weiter. Davon gegen Skeddy, letztes Pool-Match. Und danach geht's in die Top 12, aka Slash, ins Silber-Bracket. On-Stream allerdings erstmal nur Top 12. Top 12. Und wir sehen hier wieder den Marth. Okay. Ja, also, ich glaube, da muss Skeddy schon ein sehr, sehr cleanes Spiel haben gerade, um gegen Davon zu gewinnen mit Marth. Kann, kann immer passieren, aber die Tipper müssen sitzen. Oh. Okay, aber dann kann ich ja eigentlich schon mal Skeddy. Dann gucke ich mir einmal kurz die ganzen Pools an. Also, da wird sich nichts mehr ändern. Okay, also, Skeddy hier also schon mit zwei Stocks, aber ist gerade in einer guten Situation. Dann schafft es hier tatsächlich Davon den Stock zu ziehen, indem er ihn pressured offstage. Und ja, auch gerade wieder mit Attack-Chase Position-Damage zu machen. Aber Davon, ja, macht da deutlich mehr mit einem Hit. Aber Skeddy tatsächlich gerade mit vielen Tippern und da kann man echt viel mit Lab machen. So. Okay, also, auch hier wieder Davon. Okay. Okay. Also, auch hier wieder Davon. Äh, sorry, dass ich hier gerade nichts sage. Aber ich bin gerade beschäftigt damit zu suchen. Sorry. Ah, es könnte schon fast kehlen. 133 Prozent Skeddy. Oh, das war ballsy hier einfach mit dem Spike runterzukommen. Oh, der Up-Smash. Das heißt, erstes Game geht. Anderfunk. So, ich muss hier nochmal ein bisschen zählen jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Okay, also stimmt das. Ja. Genau, ich ziehe dir hier gerade für das Silberbracket. Und, äh, das ist bei uns Tradition und wichtig und Hype deswegen. Das mache ich immer vor Ort. Ja, wir schauen jetzt mal, ob Skeddy wieder auf Snake rüber wechselt nach dem ersten Game. Das hat er nämlich eben gemacht. Und wir sehen einen, äh, Toon Link. Okay, also Toon Link. Heute ist Skeddy, äh, unpredictable. Sehr unpredictable. Gut, also wir sehen, ähm, ja, wer weiß. Also vielleicht ist das auch, ähm, einfach mal ganz interessant für Skeddy zu schauen, wie er mit Toon Link hier abschneidet gegen Darfunk. Einfach weil, äh, vielleicht hat er ja einfach Probleme mit Snake gegen Darfunk. Kann ich mir tatsächlich vorstellen. Denn es, äh, ist schon ziemlich schwierig manchmal. Und gerade gegen einen Spieler wie der Fung, der einen ewig an der Edge halten kann, ähm, kann Snake ein Problem darstellen. Wenn man es nicht schafft, irgendwie, äh, unbeschadet auf die Stage wieder zu kommen. Wenn man, oh, tschüss. Äh, wenn man die, äh, Recovery, ähm, hoch ansetzt. Gerade der Fung ist ja ein Spieler, der da hart reinpannscht mit dem Up, mit der Up, mit der Up, mit der Up, Er. Und Darfunk macht hier einfach weiter schön Down-Air von Skeddy. Das hätte Darfunk niemals erwartet wahrscheinlich. Ich auch nicht. Aber jetzt schon. Nochmal wird das wahrscheinlich nicht klappen. Ja, man sieht schon, dass Skeddy den Char durchaus, oh, oh, okay. Ja, es ist nicht die schlimmste Sache für der Fung. Jetzt nur noch mit dem dritten Stock. Von daher, macht nix. Aber jetzt natürlich eine weitere Chance für Skeddy hier zurückzukommen. Gucken wir am besten mal ins Silberbracket rein. Oder ich. Hier nicht. Ihr dürft nicht ins Silberbracket mit reinkommen. Okay, also tatsächlich gerade gar keine schlechte Leistung von Skeddy hier. Ah. Es kommt immer natürlich auf den Kill an. Kann er killen. Kriegt er ein Setup. Oh, das war kein Punish. Wow. Der Fung dachte, dass Skeddy da rollen würde. Aber Skeddy ist kein Roller. Er ist kein Roller, kein Spot-Dodger. Oder Erdodger. Und er schafft es ja tatsächlich, den Kill zu bekommen. Oha. Oha, Skeddy. Mit Tuning. Okay. Er schafft es ja auch, den Tag-Chase zu bekommen. Das ist halt schon entspannte 34%. Ist kein allzu langer Weg mehr für Skeddy hier. Aber davon hat er natürlich ein Wort mitzureden. Er schafft es ja auch, mit der Back-Ear das Get-Up zu punishen. Und wir gehen in den letzten Stock. Hier mit einer leichten Lead von Skeddy. Mal schauen. Es ist ja alles möglich. Okay. Okay. Ladies. Okay. Hallo. Nein, ich wollte das nicht runterfahren. Immer diese Telefon-TVs. Oh, jetzt hat das doch runtergefahren. Ich muss den einmal kurz anmachen wieder. Ich höre hier ein Tunic, der struggelt. Okay, wir sind wieder da. Fast 100%. Ah, oh. Sketti ist hier tatsächlich nur noch eine Bomb-Kombo entfernt. Das Ganze an sich zu reißen. Oder zumindest ein Game. Das ist ja auch schon mal... Oh, aber da vorhin gesagt, nope. Upsmash, punish das Landing-Hard. Vielleicht der erste Erdorch, den Sketti dieses Set gemacht hat. Und direkter Upsmash.